Hallo liebe City-Golfer, mein Name ist Paul Rudolf, ich bin Personal Trainer und Ernährungsberater und heute zeige ich euch, wie ihr eure Fitness speziell für den Golfplatz verbessern könnt. Die Übung, die wir heute machen, nennt sich Burpees und dabei geht es einfach nur darum, möglichst viele Kalorien in kürzester Zeit zu verbrennen. Wenn ihr 10 Wiederholungen schafft, seid ihr schon gut dabei. Die Übung ist eigentlich eine Kombination aus einer Kniebeuge und einer Liegestütz. Wir fangen an. Wir gehen in die Kniebeuge, Arme neben die Beine, springen nach hinten, Bauch angespannt, machen eine Liegestütz, springen möglichst weit nach vorne, wieder zwischen die Arme und springen nach oben. Und das Ganze machen wir jetzt flüssig. Natürlich könnt ihr auch gewisse Elemente rauslassen, zum Beispiel den Liegestütz. Oder ihr springt eben nicht. Die einfachste Variante wäre also, wir gehen nach unten, nach hinten, nach vorn und machen eine normale Kniebeuge. Aber ihr werdet sehen, gehört mit zu den anstrengendsten Übungen und ihr kommt gut aus der Bruste. Das heißt, euer Herz-Kreislauf-System wird auch trainiert. Viel Spaß dabei. Bleibt im Schwung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.